So, und willkommen zurück bei Let's Play Heart of the Swarm. Ja, ich muss erstmal gucken, ob das jetzt hier die richtige Mission ist. Weil ich hatte neulich schon eine Stunde gespielt, bis ich dann hinterher festgestellt habe, dass Fraps meine Stimme gar nicht aufgenommen hat. Ja, und jetzt muss ich die ganze Mission hier nochmal spielen. Aber ich tue einfach so, als würde ich die noch nicht kennen. Weil jetzt muss ich erstmal gucken, ob das auch die richtige Mission ist. Und dazu starten wir jetzt einfach mal. Von der dunklen Seite Caldias aus gestartet. Wir können seine Gegenwart noch spüren, aber die Zeit wird knapp. Jo, ist die richtige Mission. Start war einfach mal. Eines eurer Schiffe ist entkommen. Dann müsst ihr nur noch auf die Goldene Armada warten und euer Tod wird ein schneller sein. Es tut mir leid. Was? Das Abschlachten meines Volkes? Das, was ich dir antun muss. Oh! Deine Freunde auf dem Schiff können dich spüren. Sie wissen, dass du noch hier bist. Nein! Sie können dich jedoch nicht auf ihr Schiff warpen, weil ich es blockiere. Nein! Nein! Doch wenn ich den Schleier fallen lasse... Warp mich nicht heran, Templer! Nicht! Zu spät. Du lässt sie von den anderen Protoss retten? Sie wird ihnen den Tod bringen. Ja, das hat die gute Kerrigan geschickt eingefädelt. Einfach mal so alienmäßig da so ein Vieh in den Protoss gesteckt. Und jetzt müssen wir das Schiff infiltrieren. Die Templer müssen gewarnt werden. Jetzt! Hör gut zu. Auf diesem Schiff ist es gefährlich. Befolge meine Befehle und versteck dich in den Schatten. Du wirst fressen und wachsen. Verseuche das Schiff und töte jeden einzelnen Protoss an Bord. Machen wir doch gerne. Dann kriechen wir hier erstmal lang. Jetzt geh und erschaffe deine Brut. Auf diesem Schiff wimmelt es von Leben. Es sollte nicht schwierig sein, Biomasse zu finden. Hier hinten müssen wir lang. Oh, sehr niedlich, die kleine Larve. Ein Berserker. Setze parasitäre Infektion ein. Was war das für ein Geräusch? Gar nichts. Geh weiter. Okay. Die Luft ist rein. Friss nun deinen Wirt. Scheint geschmeckt zu haben. Ein Protektor. Versteck dich zwischen diesen Abluftschächten. Krieche entdeckt. Priorität 1. Feld gelegt. Weiter geht's. Alle anderen Prioritäten aufgehoben. Patrouillieren. Es gibt keinen Weg an den Berserkern vorbei. Infiziere das Ursadon und zerquetsche sie. Jetzt gibt's auch einen Sack. Die Protos glauben also, sie hätten nur ein paar verseuchte Tiere. Sie haben ja keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Das ist aber viel dazu. Mal gucken, was uns hier noch erwartet. Es ist an der Zeit, dass du zu einer Brotmutter heranwächst. Njam, njam, njam. Aufessen. Warte hier. In diesem Bereich bist du vor neugierigen Blicken sicher. Entwickle dich. Wachse. Schau. Dann machen wir das. So Jetzt können wir ja auch Zeltlinge erschaffen Acht Stück Also 16 Du bist Niadra Dies ist deine Bestimmung Erschaffe eine Brut Und vernichte die Protoss Töte Sie Alle Ich lebe, um zu dienen Ja, dann Mal los hier, mach mal die Tür auf So, muss da angreifen Wir töten diese Kreaturen Ich kann ihre Biomasse verschlingen Und unsere Brut Damit vergrößern Die Zerg haben unser Schiff infiltriert Krieger, zerstört sie Wir regeln ein Niemand wird überleben Tötet die Protoss Stirp Die Jagd geht weiter Aber jetzt müssen wir erstmal hier die ganzen Tiere vernichten Um die Biomasse Und hier zu bekommen Damit wir Das wieder weiterentwickeln können Es gibt kein Entkommen Wie du wünschst Stirp Niemand wird überleben So, das war doch schade Dieses Schiff Durchbrecht Ihre Verteidigung Nichts hält den Schwarm auf Unser Zeit ist gekommen Ohne gültiger Befehl Ohne Fragen Gültiger Befehl Jetzt habe ich dich Dieser Lüftungsschacht Ist unser einziger Weg Los Führe mein Wie? Schleicht euch mal hier durch Da Diese Konstruktion Versorgt den Schild Mit Energie Nicht mehr lange Der Schild verstärbt mir nicht mehr den Weg Rücken wir vor Starke Energie Dringt aus diesem Teil des Schiffes Was hat es damit auf sich? Niemand Gültiger Befehl Dieses Schiff Sagt Ich höre Niemand wird überleben Dötest du Broters Haben wir uns auch fast geschafft hier 150 Biomasse brauchen wir Um uns weiter zu entwickeln Unsere Zeit ist gekommen So Ja, wo müssen wir jetzt weiter Äh, dadurch in den Schacht wieder Ich höre Führe meine Brut Die Energie Ist überwältigend Du hast den Warp-Antrieb gefunden Zerstöre ihn Und ihr Schiff wird Shakuras niemals erreichen Wir streben dann Der Schiff ist unten Ich werde den Warp-Antrieb zerstören Genau Sehr schön Ich bin Liadra Wie kann ich die Warnung Der Warp-Antrieb wurde beschädigt Sofort evakuieren Haltet sie auf Die Zeit dürfen die Stasis-Kammern nicht erreichen Ihr werdet den Schwarm nicht aufhalten Ja Ich bin Liadra Ohne Frage Ich bin Liadra Ich bin Liadra Ich werde schön weiter Zäcklinge nachproduzieren Himmd, unsere Brutmutter Die Explosionen haben aufgehört Warte In der nächsten Kammer geht etwas vor sich Notfall Energieausfall festgestellt Erwecken Protoss Krieger aus Stasis Führe meine Brut Unsere Streitkräfte werden angegriffen Ich füge Wie kann ich dienen Tötest die Protoss Ein Tier noch Können wir uns weiterentwickeln Es ist an der Zeit Dass du dich weiterentwickelst Und deine Kontrolle Über die Brut ausweitest Liadra Unsere Zeit ist getroffen Ich bin aber schabend Wir kommen Gütiger denn sie Unggütiger denn sie Ich bin Liadra Wir streben danach Zu töten Ohne Frage Vernichtet die Exemplare Ihr dürft den Sack nicht erlauben Sie zu assimilieren Tötet ihre Krieger Ich brauche diese Biomasse Dann machen wir unsere Hupen oder hier die ganzen Viecher Wir können dann unsere Zäcklinge da die Protoss aufhalten Dieses Schiff wird brennen Ja meine Königin Nein Wir sind Unsere Zeit ist gekommen Hier haben wir noch welche Dieses Schiff wird brennen Ich bin Liadra Gültiger Befehl Jetzt haben wir alle Ich werde mal noch die Protoss Die restlichen Ja 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 Meine Königin Wie kann ich dienen Fühlt ich höre Sehr gut Taktik Ich bin Liadra Diese Schiff wird brennen Ich bin Liadra Wir schnappen sie Tiere Wie du wirst Ja Meine Königin Wir verhauchen Du musst dich weiterentwickeln Und stärker werden Die letzte Schlacht steht bevor Mal gucken was wir jetzt bauen können Ich darf mich überraschen Mensch Wir sind alle Was ist hier für eine Überraschung Dieses Schiff Unsere Kranz Ist gekommen Ungültiger Befehl Und hier ist Protoss Ja Meine Königin Kommen wir jetzt weiter Für den Schwarm Ah hier die Tür Müsse mal kaputt Jetzt habe ich dich Oh Sie dürfen das Ursadon nicht töten Dieses Schiff Wird brennen Niemals wird's überleben Das Ursadon gehört mir Komm Bestie Es gilt Protoss zu vernichten Wie kann ich die Sehr schön Jetzt haben wir hier so ein dickes Ursadon Was für uns kämpft Du lagt Wir streben danach Zu töten Ja Meine Königin Die Protoss sichern die Brücke ab Mach deine Streitkräfte bereit Ich höre Das will den aber auch nicht nützen Dieses Schiff Wird brennen Jetzt machen wir hier Ich bin der Schall zu hören Ist denn getötet Egal Schall noch so Ich wollte den eigentlich gar nicht auffressen lassen Wie du wünschst. Weiter wird uns das Schiff nicht bringen können. Mach die Rettungskapseln bereit. Vernichte die Kapseln bevor sie starten. Sie dürfen Shakuras nicht erreichen. Machen wir. Gültiger Befehl. Ich bin... Für den Schwarm unserer Streitkräfte werden angegriffen. Reift sie an. Wir müssen unseren Brüdern Zeit verschaffen. Die Nacht geht weiter. Wie du wünschst. Sie machen mehr Rettungskapseln bereit. Vernichtet sie. Frage. Ich fürchte keinen Feind, denn die Kala ist meine Stärke. Wer ist Kala? Dieses Schiff wird brennen. Für den Schwarm. Ja, meine Königin. So. Das hier auch noch. Wir gehen dich stillschweigend in die Leere über. Auch noch zwei. Wie du wünschst. Wir werden niemals beschickt werden. Wir geben unser Leben für die Kala. Das ist noch ein Schiff. Ja, das ist nicht so. Wir werden nicht zu schiffieren. Also, ihr seid da so zu Kapseln. Ohne Frage. Unsere Zeit ist gekommen. Die Lack fliegt weiter. Die Porters sind nicht mehr, meine Königin. Meine Königin, hörst du mich? Wir sind allein. Die Königin der Klingeln hat uns ein Ziel gegeben. Die Vernichtung der Porters. Wir bereiten uns vor. Wir werden wieder dienen. Oh. Die gute Handel der 2 auf Eingefaust. Ja, drei Erfolge. Und weiter geht's. Ja, drei Ahmet. Und weiter geht's. Untertitelung des ZDF, 2020